Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2, heute am 1. Februar. Spätabends wieder, weil die... Ach scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Äh, okay. Aber wir suchen jetzt irgendwie einen Eingang da rein. Ach schon, du Idiot. Hier ist schon mal nichts. Ähm, ja, also es tut mir leid, dass gestern keine Folge gekommen ist und die letzten beiden oder drei Tage, glaube ich, sogar nur sehr unregelmäßig und relativ wenige. Oh, darfst du uns sehen hier? Ich weiß es nicht. Wobei, komm, wir sind in der Tiefgarage, ganz ehrlich. Nehm. Nehm. Ähm, kann ich ihm helfen, Sir? Äh, ja, kannst du. So zum Beispiel. Ach, ich kann ihn nicht boxen. Schade. Soviel ich weiß, dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Na und? Wo ist er? Er macht Pause. Er macht immer Zigarettenpause. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ja, es kamen keine Videos die letzten zwei, drei Tage. Äh, es doch kamen Videos, aber relativ unregelmäßig. Äh, tut mir leid. Soll ich Ihnen den Weg zeigen? Ja, gerne. Wer zum Teufel? Hey, Sie haben hier nichts verloren. Verschwinden Sie! Oh, da liegt ein Heft. Not bad. Na gut, komm, wir hauen uns ab. Ey, im Ernst, was haben Sie hier zu suchen? Ey, im Ernst halt die Klappe. Gut, äh, ja. Warum gestern keine Videos kamen, ist der Grund... Doch, doch, gestern kamen welche, aber auch wieder erst ganz spät. Ist, äh... Äh, ist der Grund, dass... Ach, nee. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, äh... Was soll's, verschwinden wir von hier. Siehst du, läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Okay. Naja, der Grund ist einfach nur, dass ich Geburtstag hatte und dass ich, äh, derzeit nicht am PC war. Und deshalb konnte ich das leider nicht noch nicht. Späte, Moment. Hier. Also nix freischalten, hochladen. Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Geiler Bart. Los, tu's einfach. Na, toll. Legen wir los. Oh, wow. Jetzt sehen wir so anders aus. Keiner wird uns je erkennen. Alter, was für Vollidioten. Oh, fuck. Ja? Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Welche Schweinerei? Die saubereibeseitigen. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hierüber habe ich gesagt. Ich bin doch schon da. Mach die Schweinerei, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Aha. Ja, wenn das so ist. Na los, Bewegung. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeiter für euch. Na, macht schon. Hey, Richie. Komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Scheiße. Okay, verschwinden wir. Wenn der uns sieht, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Weil wir arbeiten ja für eine andere Familie. Er arbeitet, glaube ich, immer noch für die, für die wir früher gearbeitet haben. Und wir sind ja zwischen bei einer anderen. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir ein Treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Ja, weil dieser Bart so sicher ist. Geht's in Konferenzraum. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? In deiner Alten, du Penner. So. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dort hingekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinkt sauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos ein Gutmereich. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Ja, äh. Warum wartest du jetzt hier? Läuft ja gerade von allein. Ah, nee, ich hab weh gedrückt. Haha, ich dachte, der läuft gerade von allein. Das wäre ja voll geil. Verdammte Scheiße. Ja, komm. Ich finde es schade, dass man in solchen Situationen nicht einfach mal ausrasten kann und irgendeinem hier Nackenklatsche gibt oder jemanden boxen kann oder so. Das wäre eigentlich voll geil. Wahrscheinlich. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Aha, ich könnte mir vorstellen, dass das der war, der uns eben im Aufzug entgegengekommen ist. Hilft ja, um die Bombe im Konferenzraum zu legen. Okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass er eine Bombe legen wollte, aber gut, warum nicht? Verflucht den Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. In welches Fenster? Ja, hilf mir mal. Ach, da. Scheiße. Verdammt. Der gelbe. Plus zu plus. Der rote zu minuspol. Alter, hat er überhaupt eine Ahnung, was er da macht? Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Hier. Hier drüben. Misch das auch weg. Ja, sind ja schon dabei. Wir haben die ganze Zeit nichts anderes gemacht, klar? Ich meine, wir haben jetzt hier keine Bombe gelegt oder so. Ist ja lächerlich. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Ja, ist okay. Meinetwegen. Das heißt, dieses eine rote Dreieck, wer ist das? Das ist das Henry oder was? Ja. Aber, wenn sie hier erfüllt mir jeden Wunsch. Ehrlich? Ja. Aber klappt nicht immer. Wieso? Warkeeper, glaubst du, ich hab mir neue Gewinn in Welt an der Welt? Ich hab jetzt Clementi gar nicht gesehen, aber cool, dass er da war. Achso, ich hab doch Waffen. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele scheiß Stufen? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schiefläuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Kohl mit modifizierten Magazinen. Ist doch das Ding her. 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Wow. Davon gibt's nur zwei auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Ihr Vollidioten. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Wacht einen Abgang, sonst komm ich runter und gebt euch was aus dem Mund. Clementi ist mannert. Schnell. Wir müssen hier weg. Scheiße, wenn die uns sehen, sind wir im Arsch. Wohl. Naja. Das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Voll ekelhafte Leute irgendwie. Für eine Plattform. Steuerung und jetzt Tür öffnen. Der guckt, wieso sieht er nicht, dass die Tür aufgegangen ist. Das müsste ihm doch auffallen, wenn die Tür sich da so bewegt. Aber er tut's scheinbar nicht. Ach nee, der guckt ja gar nicht in unsere Richtung. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch. Okay. Okay, Ritu. Geht los. Oh fuck sind da viele. Ich dachte, wir nur zwei. Dann blüht dir was. Nimm das Schwein in die Mangel. Gib mir Deckung, Vito. Los, Vito. Na komm, komm zur Deckung. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Bin wieder da. Na? Na? Das ist alles? Dann blüht ihr was. Geht doch. Mann, oh man, oh man, oh man, oh man. Äh, Revolver aufheben. Gerne. Achso, ich hab sonst keine Waffen oder was? Doch, ne Granate und Mon ist noch fagig. Ohohoho, mehr kannst du nicht? Alter, dieser Polizare war so scheiße. Oh, da hat einer automatisch gewaffen. Oh fuck. Wow. Fuck, der hat die Deckung gewechselt. Komm, den kriegen wir jetzt mit der scheiß Waffe hier. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Was, du darfst, Jo, schon, okay. Ich will jetzt die Munition nicht von der Waffe aufbrauchen, bis ich weiß, ob ich die nachfüllen kann. Oh fuck. Du bist mauletot. Du schießt wie meine Schwester. Alter. Das geht schon ganz schön ab hier gerade. So, nimm halt diese Thompson, 1928. Und hier hat auch irgendwas, der hat auch mit irgendwas geschossen, oder nicht? Nee, angeblich nicht. Ja, dann halt nicht. So, aber der da hinten hat auch noch Munition. Oh, der hier oben sowieso. Hä? Fuck. Alter, sind das jetzt viele wieder. Kann der mal aus der Decke kommen? Wow. Von wo schießen die? Nee, der hat irgendwie auch keine Waffe. Okay, das hat mir. Aber ich habe das gar nicht gehört. Sehr schön. Na, was? Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Los, auf die Fensterkunde. Die ganzen Waffen von denen sind weg. Kann doch nicht sein. Muss in die Blatt da hinten. Ja, scheiße. Wie viel habe ich jetzt, wie viel Munition habe ich jetzt für die Waffe? 50 oder 29. 50 oder 50. Nein, gut. Dann ist doch alles okay. Was soll ich jetzt machen? Knopf drücken. Boah, aber das ist ein Plan von Joe, der kann gar nicht gut gehen. Oh, da liegt ein Heft. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Tage noch nicht... Oh, scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Putzkraft fesseln. Putzkraft fesseln. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Ah ja, gut, die Beine auch noch. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit. Senkt die Blattwarnung, um die Wurme scharf zu machen. Verhalte dich unnauffällig. Äh, wie denn? Wie verhalte ich mich unnauffällig? Ich habe einen angeklebten Bad. Der macht mich doch automatisch unnauffällig, oder? Joe, komm, der macht mich unnauffällig, oder? Boah, vollidiot. Der Typ hat sie noch nicht mehr alle. Das ist... Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Backpfeife. Ah ja, das ist doch, oder? Ja, Mann. Okay, das ist das richtige Stockpfeil. Benutzt den Wischer, um die Rolle zu spielen. Welche Rolle? Schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit ich hier nicht auffall. Ich verbinde die Drähte. Welchen Wischer? Ey, was laberst du? Worauf wartest du? Wischer aufheben. Das ist ja keine Piepshow. Geht mit an die Arbeit. Äh, okay. Wie unauffällig das war. Ich lauf auch mal ein bisschen rum. Wird schon klappen. Ja, hier schön. Schau mal, Frühling oder irgendwas, ne? Sieht zumindest so aus. Da sind wir hier als Fensterputzer. Da oben. Okay, geschafft. Jetzt fahr' uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Ja. Alter, was hat er gemacht? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen. Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie Hirn amputiert. Ähm, aber es scheint geklappt zu haben, oder? Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepistet. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Ah, scheiße. Der Wichser lebt. Oh nein, oder? Ihr Arschlöcher. Scheiße, Wetter Clementi, darf nicht herkommen. Okay, dann äh, hinterher, oder? Mann, hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt. Ich werde euch. Scheißdreck wirst du. Nein, ich hab dich zu zählen. Nein, du bist mausetot. Ey, du hängst nur für besonders hart, hm? Hier werden... Los, zeig dich. Gib mir Deckung, liegt... Achtung, ich bin in Kassin. Das ist alles. Wow. Mann, das war echt klasse. Oh, was los ist die? Das ist erstklassiger Fusel. Oh. Oh. Okay. Da bin ich wohl gestorben. Da haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt. Nein. Ich hab nichts getan. Nein. Hat wohl sein Martini gestorben. Los, zeig dich. Geh mir Deckung. Achtung. Hinter dem Glaswind. Das ist alles. Ha, ha, ha. Schnapp dir den Kern mit dem. Hast du gesagt, schnapp dir den Kern mit dem? Es ist verwacht. Oh, cool. Das ist erstkassierbar. Alter, wie ich noch mal hier stirbt. Lass dir was einfallen. Behalte dich. Mann, das war echt klasse. Was? Von wo? Und warum fällt der so behindert? Aber von wo? Von wo? Von wo wurde ich jetzt abgeknallt? Mann, hier haben wir aufgemischt. Hat mir nicht ganz gereicht. Los jetzt. Ich werde euch. Nein. Ich hab nichts getan. Nein. Ja, wie hat er mir jetzt schon die halbe HP abgezogen hat? Echt, ich bin schon wieder fast tot. Das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Das Schweine hat mich erwischt. Ja. Schlimm, Joe, ne? Du kannst wenigstens noch sprechen. Hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt. Unfassbar. Liegt hier noch irgendwo was? Ne. Dann. Okay, weiter. Ich glaube, das ist immer eine allerhinterste Deckung. Oh, ho, 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 mehr kannst du nicht? Achtung, hinter dir den Glaswind. Ja, den hab ich. Oh, das ist erstkassiger Houdry. Das Schweine hat mich erwischt. Mist. Wow. Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Warte, erst Munition aufsammeln. So, zack. Alles gut. Alter, die haben wir auch alle jetzt diese Thompson, ne? Boah, okay, los. Alles okay? Hauptsache, da stehen zwei Leute nach. Da sehen wir uns wieder. Das ist alles? Dann mögt ihr was. Dann sammelst du die Mund nicht auf. Achso, die Mund ist voll. Sehr gut. Wieso geht der hier in Deckung? Ist hier was? Ja, da nicht. Wow, verdammt. Verdammt. Ihr Langvito, da kommst du nicht durch. Hast du das mal Militär gel... Ah, scheiße, die Spindleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klug, scheiße. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Mach deine Augen auf. Geht's hier was? Hilfe! Oh, scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher. Ich warte auf euch. Drei, zwei. Hey, was ist denn los? Schwör ab, Lady. Gegen dich haben wir nicht. Ah ja, okay, dann nehmen wir aber den Fahrstuhl, oder? Sehr gut. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße. Woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Tja, du musst alle Eventualitäten einplanen. Ich bin früher hochgegangen, hätte sie in der West. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Muss man sagen, die Waffe mit dem größeren Magazin ist schon geil. Ist die Frage, ob jetzt hier jemand auf uns wartet, wenn wir hier. Oh, Junge. War aber irgendwie klar. Schroffelte, die nehm ich. Barm, Junge, ey, die Schottgang geht ab. Pass auf, da oben. Das ist alles. Dann blüht ihr was. Das Schwein hat mir der Wehr. Was? Ein Schuss. Boah, ist ja asozial. Oh, da oben schon war einer. Okay, alles in Ordnung. Ich geh's einfach nur noch so. Sonst überlebe ich's nicht. Oh, fuck. Los, Vito. Okay, Moment. Jetzt hab ich ne Idee, was ich mache. Na, alles klar mit euch, Leute? Na, alles klar mit euch, genau. Alles klar bei euch. Alles klar bei euch. Hö, von wo wurde ich getroffen? Ich seh nicht mal von wo die schießen. Deckungswechsel. Gib mir Deckung, Vito. Da ist keiner. Bewegt deinen Arsch, Vito. Wir müssen Marty helfen. Wohin denn? Ne, Moment. Hier kamen wir her. Hä? Dann war mein Richtung doch richtig. Folgt der mir jetzt, oder? Ja, wir müssen doch hier lang. Beeil dich, Marty ist da unten ganz allein. Achso, okay. Hat sie. Scheiße. Scheiße. Ja, warum hat er auch seine scheiß Waffe rausgeholt? Vollidiot. Oh, ja, Mann. Oh, ja, Mann. Oh, Mann. Hast du Schiss, Arschloch? Na, das Schwein hat mich erwischt. Mist. Na, komm. Ja, Mann. Okay, die haben jetzt keine Gegenwehr mehr. Jetzt haben sie keine Gegenwehr mehr. Jetzt einfach nur noch draufhalten. Los. Oh, da hast du da jemanden getroffen. Clementi ist bestimmt nicht vorne. Oh, meine Hupe geht im Moment nicht. Oder? Doch, tut sie. Achso, biegt da ab, ne? Hä, von schießt du? Alter. Töte ihn. Ach, seine Muni ist leer. Ernst? Sehr gut. Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Ja. Warum nimmst du jetzt die Waffe, mit der du keine Munition mehr hast? Oh, jetzt hat er wieder welche. Das ist für Martin. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Okay. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Edis Nummer, ich ruf ihn an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt nicht so 100% wie geplant gelaufen. Leider. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles gerade gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Hä? Was? Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal. Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sagt er. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber ich war doch vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal. Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut es auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hast erwischt. Glaubst du im Krieg was anders? Eddie kann nichts dafür. Er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Okay, irgendwie hingen da gerade die beiden Audios übereinander. Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Oh, Mann. Das ist jetzt echt ein scheiß Ende für eine Folge. Aber es tut mir leid, wegen der Länge und so, ne? Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann schauen wir mal, wie Joe da jetzt mit der Situation so umgeht. Und ja, was uns halt als nächstes so erwartet, ne? Bis dahin. Ciao.